Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange und da schreibt auch schon Chloe. In der letzten Folge waren wir bei Kate in ihrem Zimmerchen und haben ihr das Buch zurückgebracht und haben gesehen, dass sie sehr fertig ist. Wir haben ihr geraten, nicht zur Polizei zu gehen. Ob das eine gute Entscheidung war? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt erstmal, was Chloe will. Chloe. Max, essen, tu, wails, seh dich da. Brich dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück, keine Emojis. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. So. Was mit dir? There's Brooke, looking smarter than everybody. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hi, äh, hast den Schnee gesehen? Wächst abgelenkt. Mach mal so. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snowflurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Um, since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Hm? So, gut. Dann gehen wir mal raus. Was ist denn mit dem Mülleimer hier? Samuel truly is a weirdo. But he is great at cleaning up. Ach so, okay. Gut. Dann Wohnheim der Mädchen-Palast. Oh, hier können wir uns auch wieder allerhand angucken. Das tun wir dann auch mal. Wir machen die ganze in Ruhe hier. Was machen wir hier? Taylor. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Hi Taylor. Hi Taylor. Just because you were nice to Victoria, doesn't mean I have to be nice to you. Normalerweise würde ich jetzt gehen, aber ich hab ja letztes Mal schon gesagt, wie es um Victoria ging. Wenn wir das tun, sind wir nicht besser. Oder beziehungsweise doch, wir sollten einfach gehen eigentlich. Aber wir versuchen mal ein Gespräch mit Taylor zu führen und sagen, lass uns nicht streiten, du. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. It's video Victoria for business. Yeah. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. Bestimmt, ja. Herrische beste Freunde. Ja, mach mal. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Okay, wir können mal wieder zurückspulen. Wir haben wieder eine Info bekommen. Dann machen wir das beide. Babe. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Deine Mutter. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care. My mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. Okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Okay, wir gehen mal hier zu Samuel. Wie haben wir ein Gerüst? The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. Was müssen wir für Fotos? Müssen wir wieder irgendwas... Warte mal. Äh, hier. Ein angebissener Donut. Ich komme gleich. Ich spreche das mal mit ihm. Du bist in der Dona. Wir haben den hier. Was hat denn hier? Haben wir den abgesehen? Ja. Essensreste. Wie? Wie ist es? Wie ist es? Aber ich könnte es nutzen, das zu betrachten Aquapien. Ah, okay. Wie ist es? Warte mal, Aquapien! Kommt, Aquapien! Warte mal, Aquapien! Warte mal, Aquapien! Warte mal, Aquapien! Das ist ein bisschen schlafen. Wunderbar, haben wir das Eichhörnchen auf. So, hier haben wir einen Football. Ja, wir reden mit ihm. Alles ist so calm und quiet, und ich fühle mich die Tiere mit mir wundern. Das ist eine Sache, die ich wirklich liebe von Arcadia Bay. Es sind all diese coolen Tiere in der Forest. Sein Reh. Oh, das ist dein Geist. Das ist ein Geist. Oh, wie süß. Er ist ja voll süß. Wird bestimmt auch gemobbt. Wurde wahrscheinlich sein ganzes Leben schon gemobbt, einfach nur, weil er anders ist. Manche Menschen haben es schwerer. Wer hat mir denn da wieder geschrieben? Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht sollte ich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren, zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin Blackwaltz, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte höfliche Warnung. Ach, du liebe Zeit. Ja, Jakob, Spaß dir, haben wir das schon mal gesehen? Bitte. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Ein altes Freund, Chloe Price. Wir haben uns in einem Zeitpunkt nicht gesehen. Ich hoffe, du bist glücklich, dass du in diesem Auto in diesem Auto wie ein Rockstar gesehen hast. Was fragt die Frage, warum ist Nathan Prescott auf dich psychisch? Er ist gefährlich. Ich will nicht, dass du involviert bist. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Jaakum. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Okay. Gut, dann gehen wir mal, ne? Glaub ich. Den Bus nehmen. Ja, nehmen wir mal den Bus. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Okay. Hi. Hi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist wohl wahr Erhalte das Herzblut von Arcadia Bay, rettet die Bucht, beendet die Menschen, gemachte Dürre in der Bucht, okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in Has the town changed much? By Neptune's beard it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor You have your own boat? I call her the Bali High I've kept a hold of her in these lean days Might be all the time we've got left I thought one of Arcadia Bay's main exports was fish Oh, the fish used to jump onto my boat Until the Prescots and their finance fiends snapped up harbor rights The Prescots have a lot of power They might rename the town Prescott Bay If that tells you much Do you know them? Do good for my working kind I know them through their bad deeds Let's not get downcast I hear the fish calling for Bali High Never forget that old fishermen never die We just smell that way I'd love to learn more, but I have to get going Happy fishing out there Aber kommt sie nicht von hier? Sie muss das doch eigentlich wissen, oder? Wir haben wieder unser Foto gemacht, sehr schön So, da soll man rein, glaube ich, ne? Da gehen wir gleich rein, wir gucken erst mal Wetterdienste vom Schnee überrumpelt In einem seltenen Eingeständnis hat der Nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen und kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt Das ist gut, das ist gut, das ist gut So, wer ist er? Ja, leider Der Schnee war komisch Nehmen Sie schon lange hier? Wie lange habt ihr hier gelebt? Long genug zu wissen, dass Arcadia Bay wird eine ghost town in ein paar Jahre Ich lerne, wie Arcadia Bay ist großartig Ich lerne, wie Arcadia Bay ist großartig Schade Nein, auch nicht Das ist aber schade Na gut, was haben wir hier noch? Ja, ich gehe zur Blackwell Academy Ich kann sagen, du bist eine wiese junge Frau Ich weiß alles über Blackwell Und diese Stadt Dann erzähl mal Erzähl doch mal über Äh, 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 äh Können wir alles fragen? Erzähl mal hier Wie lange habt ihr in Arcadia Bay? 1,000 Jahre Ich habe durch die gleichen Veränderungen wie die Stadt Was hat dir passiert? Was hat mir nicht passiert? Manchmal beginnst du in der Leben der falsch ist Ich verabschiede 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 Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun And love the mist I might be homeless But Arcadia Bay Is still my home Hmm You must know Joyce Price From the Two Whales Diner She's fed me more Than my own family How's a daughter your age Who's always in trouble? Married to a real prick Okay, Mama Chloe Have you met Joyce's daughter? Cute girl Pissed off I used to see her and her pretty friend Rachel around a lot Do you know anything about Rachel Amber? That missing girl? I know she's missing And I know she hung out here a bit Sometimes I'd see her walking All by herself, deep in thought Too damn young and pretty to look so worried Did you talk to her? Once or twice she'd talk to me About trouble in school Wanting to be some model in California She was always distant But nice I pray the poor thing is alright But you can't save everybody I bet you have dirt on the Prescott family That whole family is dirty They once done good things for Arcadia Bay Those days are dead Like anything in their way I know somebody who's being threatened by a Prescott Then you be their guardian angel Because nothing gets in the way of that family Especially not the law Hell, they own your school Blackwell Almost I have to go now Goodbye Can we nix for sie tun? Ihr was geben oder so? Also jetzt nicht hier aus dem Müll Ich guck mich jetzt nur noch mal kurz hier um Can we nicht für sie was kaufen gehen oder so? Na gut, dann gehen wir mal ins Diner Oh, ich liebe sowas Das Geräusche und das Geräusche Der Geräusche und das Geräusche Der Geräusche Das macht mich wieder 13 Ja, oh, ich würd so gerne mal in sowas reingehen Good Lord Talk about apokalyptisch Willkommen in Pan Estates Willkommen in Pan Estates Prescott Development lädt sie ein in den Wäldern zu leben Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer und Leuchtturm Bald werden Werden bald ihren Lebensstil verändern Okay Schön Mach doch ruhig mal die Hände zu kaputt Now that brings back memories Chloe and I loved the parade 25. Jährlicher Halloween Bazaar Bürgermeister Cochran Für die Kostümparade der Kinder an Samstag, 27. Oktober 9-15 Uhr Main Street, Acadia Bay Kürbisschnitzerei Wettbewerb Lokale Produkte und Imbisswagen Süßes und saures Oh und Happy Halloween Okay Ich kann da jetzt nicht die Leute hier anquatschen Soll ich wirklich die Leute jetzt hier anquatschen? Machen wir mal ne? Warte mal hier Broschüren Poster The poster doesn't mention wacked students with guns You'd never know how weird this town is by these postcards Yeah I would buy a shirt but they're so damn tourist I see you there, your feathers on the ground Your eyes are heavy with the weight of the world I see you there, your feathers on the ground Lost in a life you never could offer Even if you've never flown before You can take a chance and try once more Don't let your worries weigh you down, down, down You can still take fight Although you're earthbound You can still take fight Although you're earthbound But never learn to rise above these crowds But never learn to rise above these crowds But never learn to rise above these crowds Stuck in the dust of the life that you've found With nowhere to go With nowhere to go With nowhere to go No higher ground Even if you've never flown before Even if you've never flown before You can take a chance and try once more Don't let your worries weigh you down, down, down You can still take flight Although you're earthbound Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.